Hallo, Fabian von CryptoCircle hier. Heute wollte ich das viel erwartete Video mit dem Ausblick auf 2018 machen, beziehungsweise welche Kryptowährung ich als besonders interessant einschätze im Jahr 2018, weil dort auch noch, wie ich denke, einiges an Potenzial besteht. Ich wollte mich ursprünglich auf 5 Coins beschränken, habe es jetzt allerdings auf 6 erweitert und auch nochmal 3 Stück im Blickfeld, von denen ich in 2018 wirklich auch viel erwarte. Was direkt auffällt ist, dass außer Dash und mittlerweile auch IOTA keine der Top Coins dabei sind. Man hätte Ethereum debattieren können, aber von Bitcoin oder auch Bitcoin Cash erwarte ich vielleicht 2018 nicht unbedingt wieder die Wunderdinge, die wir dieses Jahr gesehen haben. Aber fangen wir doch mit dem obersten Eintrag der Liste an und das ist bei mir dieses Mal der Binance Coin. Über Binance und den Binance Coin habe ich ja in der Vergangenheit schon geredet. Ich denke weiterhin, dass Binance wirklich eine sehr, sehr starke Performance zeigt. Im Herbst diesen Jahres hatte Binance noch 100.000 Nutzer. Das ist ja ein sehr junger Exchange. Im Dezember hat man jetzt bekannt gegeben, dass man über 2 Millionen Benutzer feiern konnte. Das ist also wirklich eine extrem gute Entwicklung. Man hat weiterhin die sehr positiven Sachen beibehalten, wie den Community Vote. Das heißt, einmal im Monat kann die Community immer noch abstimmen. Aus einer Vorauswahl von Coins, die sich beworben haben, welche Coin dort eben gelistet wird. Das Ganze dann ohne eben die sehr hohen Gebühren, die man normal bezahlen muss, um auf einem Exchange gelistet zu werden. Das hat zum Beispiel meiner Meinung nach auch diesen großen Run von Verge erst ermöglicht. Denn hinter Verge steht nicht unbedingt sehr viel Geld. Verge wurde aber aufgrund seiner großen Community schon sehr früh, ich meine es war der erste oder zweite Community Vote, eben auf Binance gelistet und konnte dann jetzt unter anderem auch, da damit der asiatische Markt geöffnet ist, so explodieren im Dezember. Neben der positiven Entwicklung der Nutzerzahlen spricht für den Binance Coin auch, dass sich der Exchange als ICO-Plattform versucht. So hatten wir zum Beispiel den Thron-ICO, der über Binance ausgeführt wurde. Und in Konsequenz hat man, wenn man Binance Coin auf Binance gehalten hat, Thron-Tokens bekommen. Die Thron-Tokens haben sich seitdem auch sehr, sehr gut entwickelt. Thron war, als ich zuletzt geschaut habe, in den Top 20 bei CoinMarketCap. Also auch hier ein sehr guter Anreiz, der wirklich eine gewisse Verzinsung garantiert, sollte Binance eben sein ICO-Geschäft ausbauen können, dass die Leute, die Anteile an Binance halten, sozusagen über den Token eben auch an diesem Erfolg beteiligt werden und bei zukünftigen ICOs eben auch Token erhalten werden. Als nächstes dann NIO. Warum NIO? Ich erwarte, dass wir in China eben Regulierungen sehen werden, dass diese nicht auf ein Verbot von Kryptowährungen herauslaufen wird. Und NIO hat von dem Run, den wir im Dezember gesehen haben, nicht in dem Umfang profitiert wie andere Kryptowährungen. NIO hat mit jetzt ungefähr 60 Euro, 57,34, Stand 29.12. nur ein Niveau erreicht, das er schon mal hatte. Während andere wie Dash ihr Allzeithoch zum Beispiel ums Dreifache gebrochen haben oder knapp ums Vierfache sogar. Das heißt, NIO hat hier noch Nachwicklungsbedarf, wurde zurückgehalten, da einige Leute scheinbar Unwahrheiten auch gestreut haben in Bezug auf das, was eben in China passieren könnte. Aber ich erwarte eben jetzt, wenn sich die Situation in China erklärt, dass bei NIO eben ein unheimlicher Aufholprozess einsetzen wird, auf die aktuelle Marktbewertung der anderen Coins eben auf dieses Niveau. Und dass man eben, das hatte ich ja damals schon in meinem NIO Video besprochen, eben auch in 2018 noch die Vorteile genießt, dass man als NIO Holder GAS bekommt. Und dieses GAS, dazu muss man das offizielle NIO Wallet nutzen, außer man hält eben sein NIO auf Binance. Binance bezahlt einmal im Monat das volle GAS an die Leute, die NIO halten, aus. Das ist hier auch ein sehr schönes Feature, wenn man so will, von Binance. An Position 3 habe ich Dash gelistet. Dash war einer der größten Gewinner dieses Jahr, war aber meiner Meinung nach ähnlich wie Ethereum, aber eigentlich noch viel mehr unterbewertet. Dash, Digital Cash. Und ich glaube genau, dass Dash die besten Chancen hat, das digitale Geld zu werden. Es ist meiner Meinung nach die Kryptowährung mit dem größten Potenzial, eben die Kryptowährung zu werden, die im Alltag zur Zahlung benutzt wird. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Dash lag jetzt bei 978 Euro am 29.12. Ich sehe aber ehrlich gesagt keinen Grund, warum Dash sich auch nicht in 2018 noch gut entwickeln sollte. Insbesondere da eben die Online-Banking-ähnliche Webseite, dieses Interface für die Nutzer für nächstes Jahr angekündigt ist. An Platz 4, Monaco. Monaco, ähnliches Phänomen wie bei NIO, konnte sich innerhalb dieses großen Runs im Dezember erholen, auf ein ordentliches Niveau, im Fall von Monaco, aber sogar immer noch weit unterm Allzeithoch von diesem Sommer. Aber es hat sich auch bei Monaco viel getan. Man hat eben den Status als Visa-Partner erhalten. Man hat Karten rausgebracht. Und es ist jetzt eben sicher, dass sich Monaco am Markt etablieren können wird. Aufgrund der Struktur, wie das jetzt funktionieren wird, dass man für die Metallkarten, die große Vorteile bieten, das hatte ich in meinem Monaco-Review erwähnt damals, diese Monaco-Tokens für sechs Monate locken muss, die dann nicht mehr bewegen kann, die sozusagen auf ein Treuhandkonto kommen, und dafür bekommt man diese Karte. Das wird, wenn Monaco jetzt durchstartet, die Verfügbarkeit dieser Tokens unheimlich verknappen. Jeder, der aber diese Karten will, muss sie kaufen. Also für diese, zumindest die erste sechs Monatsperiode, wenn die Nachfrage stark ist, könnte Monaco absolut durch die Decke gehen. Das ist aus Investorensicht, wenn man keine dieser Kreditkarten will, oder zum Beispiel mehr als die benötigten 50, für die rote Karte erhält, sehr, sehr interessant. Denn die Marktkapitalisierung, das ist hier bei Monaco entscheidend, da Monaco eine Firma ist, und keine Währung, wie zum Beispiel Dash. Und wenn wir sehen, die Marktkapitalisierung nur 184 Millionen Euro, 10X ist hier zum Beispiel als einziges andere Unternehmen, das solche Karten auf dem Markt hat, schon mit weit über 400 Millionen Euro bewertet. Das heißt, für Monaco besteht hier locker, wenn man so will, noch Verdopplungspotenzial. Und das ganz ohne jetzt diesen preistreibenden Effekt, wie man an die Karten kommt, zu berücksichtigen. An Position 5 und 6, und da habe ich mit mir gerungen, sollen die in die Anwärter beide, oder eben beide rein. Aber ich denke, 2018 werden wir in Sachen IoT-Anwendung und Blockchain, beziehungsweise Tangle, sehr, sehr viel Bewegung sehen. Und deswegen habe ich mit IOTA und Rayblocks die beiden vielversprechendsten Anbieter meiner Meinung nach reingenommen. Rayblocks ist leider nur auf Bitcrayl gelistet, hat aber noch eine sehr, sehr niedrige Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Euro und ist nach meinen Recherchen wahrscheinlich als der stärkste Konkurrent für IOTA zu sehen in diesem ganzen IoT-Bereich. IOTA ist jetzt gefallen im Kurs, liegt jetzt noch bei 3,10 Euro ungefähr. Liegt daran, dass es eben enorme Probleme mit dem Tangle gab, dass es überlastet war, dass doch Skalierungsprobleme auftraten. Der Run war aber natürlich auch unerwartet. Nichtsdestotrotz wird es spannend, dass wie es eben ausgeht, Rayblocks, die eher mit einer Blockchain-Technologie antreten, beziehungsweise sich nicht so davon abgrenzen wollen, auch namentlich, eben gegen IOTA. IOTA hier im Moment ganz klar den Vorteil auf seiner Seite, dass sie zuerst da waren, dass sie jetzt schon sehr bekannt sind. Rayblocks hat aber gerade in der letzten Woche sehr, sehr stark performt und es ist wirklich spannend, wie sich dieser Kampf um das IOT, wer sich da durchsetzen kann, vielleicht eine Bitcoin- und Ethereum-ähnliche Positionen erreichen kann, zementieren kann, in 2018 entwickelt. Schauen wir mal auf die Anwärter. Da ist mit Stellar Lumens ein, ja, wie soll man sagen, nennen wir es mal das Ripple des Volkes. Eine sehr interessante Coin. Ripple hat seinen riesen Run, aber Ripple hatte auch schon vor fast genau einem Jahr so einen gigantischen Run und bei Ripple ist es immer so, dass viele Leute es einfach missverstehen, wenn großartige News, wie jetzt von Banken aus Japan und Südkorea kommen, dann drehen alle immer am Rad und erwarten, dass die jetzt für Milliarden Yen und Milliarden Won Ripple kaufen werden. Das tun sie aber nicht. Die Banken testen wie immer nur die Technologie. Zumindest konnte ich nichts anderes finden und dann ist es halt extrem spekulativ, deswegen jetzt sein Geld in Ripple zu kippen. Ganz anders sieht es bei Stellar Lumens aus. Dieser Coin, der auch schon jetzt sehr lange unter dem Radar geflogen ist, ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu Ripple, aber eben dafür gedacht, Mikrotransaktionen und auch große Transaktionen für Privatleute zu ermöglichen. Im Endeffekt hat man nicht das Problem, wie bei Ripple, dass auch sehr, sehr viel bei Ripple liegen, unglaublich viele Coins bei den Entwicklern. Das wird oft vergessen, die Zahl auf CoinMarketCap für im Umlauf befindliche Ripple ist vollkommen falsch. Wer das interessiert, der kann gerne mal googeln, denn hier soll es nicht im Ripple gehen. Aber wie gesagt, wenn man an eine solche Lösung glaubt, unabhängig von den Banken, dann ist Stellar Lumens sicher ein Blick wert. Thron habe ich auch mal in die Liste der Anwärter aufgenommen, möchte da jetzt aber gar nicht so viel drüber reden, da plane ich auf jeden Fall ein selbstständiges Video nächster Zeit dazu. Auf jeden Fall, wenn es dich jetzt schon früher interessiert, kurz mal ein Auge draufwerfen und vielleicht entscheidest du dich aufgrund deiner eigenen Recherchen zum Zuschauen. Als letzter Kandidat und ich wollte unbedingt noch eine wirkliche Privacy Coin drin haben, denn das kann 2018 natürlich, gerade wenn jetzt Regulierung kommt, und davon gehe ich aus, wie ich in einem anderen Video schon gesagt hatte, sehr, sehr interessant werden der ganze Markt. Deswegen sind viele dieser Coins auch schon stark gestiegen. Beispielsweise Monero, Monero dieses Jahr. Monero halte ich allerdings immer noch für absolut unhandlich und wird für technisch nicht versierte Nutzer nie eine wahre Alternative werden können, da es einfach zu unhandlich ist. Trotzdem werde ich natürlich auch da die Entwicklung im Auge behalten. Die Wahl fiel aber auf Zencash. Zencash ist ein Fork von Zcash. Zcash auch eine der größeren Privacy Coins und soll natürlich einige Fortschritte bieten. Was aber wichtig ist, ist, dass Zencash immer noch komplett unter dem Radar fliegt. Und das finde ich sehr interessant. Vor einigen Monaten hat der Zencash mal einen starken Aufwärtstrend gezeigt, ist jetzt aber wieder komplett aus den Top 100 von CoinMarketCap rausgeflogen. Ich halte es aber für eine sehr solide Coin, ähnlich wie zum Beispiel PIVAX. PIVAX hat aber in letzter Zeit wirklich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ist aber immer noch relativ günstig. Auch hier nicht zu sehr im Detail, denn dieses Video geht schon sehr lange. Ich werde aber auch einen Überblick über diese ganzen auf Privatsphäre fokussierten Coins demnächst geben. Und ich muss noch mal ein Wort zu Binance sagen, da ich jetzt auch hier die Binance Coin erwähnt habe. Der Channel ist nicht von Binance gesponsert oder so. Ich bin da wirklich davon begeistert, genau wie ich früher immer Bittrex oder eben Poloniex empfohlen habe in meinen Videos. Von Poloniex bin ich mittlerweile sehr enttäuscht, es gibt zwar keinen Grund, jetzt wegzugehen von dem Exchange, aber die Entwicklung steht meiner Meinung nach wirklich still. Bei Bittrex ist auch nicht so viel passiert in 2017 und Binance zeigt eben einfach unglaubliche Aktivitäten, unglaublichen Drive, besser zu werden. Und man merkt das auch. Ich habe ja bei der Binance Coin und in meinem Review zu Binance ein bisschen erwähnt, warum. Deswegen bin ich von dem Exchange wirklich begeistert, nutze ihn mittlerweile mehr und mehr und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, melde dich doch an. Der Link ist unten in der Beschreibung und du kannst dem Channel, wenn dir Binance dann gefällt und du dort tradest, wirklich auch sehr weiterhelfen. Das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Falls dir das Video gefallen hat, denke daran wie immer, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast, like das Video und teile es mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich heute nicht in gewohnter Umgebung bin. Ich bin gerade für ein paar Tage in London auf Besuch. Wahrscheinlich wird es nochmal ein Video aus London geben und dann sehen wir uns wieder wie gewohnt aus Frankfurt.